Minikraaaf Willkommen meine Killers Deine Killers Meine Killers Dann hab ich jetzt die Ulululululs Pienerab Die Crafters Naja ich find da noch um Habe ich ja noch ihr Diese Folge was haben wir diese Folge vorbeugt Wenn ich mal schnell rumstehe Feldbaum Ich hätte dann jetzt Also du könntest dich jetzt ja Hier oben könnte man jetzt eine Baumplantage bauen Und dann hätte ich mich an Jawohl Ich mach die Baumplantage erstmal Wenn wir mit der fertig sind Hätte ich vielleicht Wie heißt es gebaut Ja ich baue die Baumplantage da oben Aber die Farm die verlege ich hier eins runter Also du meinst dass jetzt hier die Baumplantage Kommt wo ich jetzt stehe Da wo du komplett bist die Plattform mit Baum Aber ich baue in die andere Ecke hier Äh das Feld Ja soll ich hier nicht erst ein bisschen raus gehen Hm weißt du dass ich hier sein Ja doch Ja okay warte dann geh ich irgendwie Ja geh ich hier hinten raus Äh du hast du bestimmt ein bisschen Stein Ich farm grad selber Lass mich mal schnell ich brauch ein bisschen Ja warte Und gib mir mal schnell alles was du hast Gib doch meine Spitzhacke dafür Ne ich hab selber ein Eisen Ja aber dann hast du jetzt Hast du zwei Kannst du ja erstmal fahren Ich mit dem Pascal Hm Mit dem Aufgang Der hast du grad blockiert Was Du hast unseren Aufgang blockiert Ja brauch ich halt auch halt ne Treppe Äh tak Ja aber halt ne richtige Treppe dann halt Aufs Treppen dann halt Hä Wir Ja ok Mach ich später Ok hat ja Zeit Ja lass mit Holz machen Ähm Ich mach die Bauernbeantage aus so Slabs aus ne Ähm Hey Skyparty Ich suche neue aktive Mitglieder für meine Insel Bewerbung Nö Hm Nö Ich war erst mal um überlegen Hä soll ich mich jetzt bewerben aber ich Okay hast du schon vergessen Ich bin so ein dummer Mensch Ja das bin ich wirklich Äh ich hatte ne Idee wie wir das jetzt dann mit unseren Häusern machen Ähm Dass jeder ne Ecke so sein Haus bekommt Zum Beispiel du da und ich baue meins nebens Feld weil da ist der Da kommt so ein Generator Ja Äh Meinst du Xen dass du jetzt bei dem Eck wo du bestehst raus gehst und da dein Haus baust Nein da kommt erst dann die Plantage jetzt hin Und dann links daneben kommt mein Haus Aber halt nicht oben sondern auf derselben Höhe Oder ein bisschen höher versetzt Ah ich glaube ich verstehe was du mir sagen wirst Ich sage ich glaube Äh Mit I must go so Baust du mit äh Half Slabs Ja die auch nur die Farm Äh Weil es einfach Materialsparende ist Ja aber die Baumfarm baust du dann Die richtige Farm halt dann mit normalen Waldes Wie viel Abstand muss dazwischen sein? Zwischen was? Ja vier Blöcke Vier bis fünf Ist doch Ja warte dann geh ich einfach mal Uh Weil von der Mitte vom Baumstamm sind es ja ungefähr äh drei Blätter äh zwei Blätter in jede Richtung Nein Wie bitte? Deswegen sollst du nicht mit Slabs bauen Man verliert ja keine Halt im Zug Ja schon aber Slash Yes Ähm Oh Ja die Slabs sind noch ein bisschen dumm aber egal Äh Ja Oh lol Sorry Leute für das gerade eben Wer Also Wenn Pascal sein Also Pascal fängt jetzt mit der Farm an Ich mach die Baumfarm Und wenn Oder ich mach jetzt halt erstmal Ich mach erstmal vier Bäume Okay Reicht dir Ja ich mach halt unser Feld Direkt halt riesig Dass Falls wir dann direkt zusammen haben Dass wir dann nicht erweitern müssen Sondern einfach nur noch pflanzen So kannst du schon mal Ja weil Für Bäume reichen ja Und zwei Wir sehen Du 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 Ablaz Lapis Lazuli Ja Ähm Ja ich weiß nicht ob ihr versteht was ich vorhabe Dann Sind dann jetzt hier 1 2 3 4 5 6 6 Blöcke unterschieden Und dann wird hier nachher der Aufgang sein Äh ich hatte noch ne Ich weiß nicht Aber ich hatte noch so ne geile Idee Was wir jetzt hier in diesem Skyblock Projekt machen müssten Oder machen können Ja Ähm Pass auf wir machen das so Jetzt am Ende von dieser Folge hier gell Ja Gehen wir beide her Und schreiben über Word oder so ne kleine Liste gell Halt nicht so ne überkrasse Und dann schreiben wir halt in die Liste rein Für den anderen Aufgaben Was der auf der Insel machen muss Zum Beispiel Ja aber Willst du da wirklich ein Word Dokument machen Oder willst du einfach Ja es ist auch egal Ist ja egal Wir können es ja Äh Per 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 Skype schreiben Weißt du Ja Halt und dann halt die Aufgaben erfüllen halt möglichst schnell Zum Beispiel ein Tierspanner könnte man zwar auch machen Aber dann müsste man halt mehr Zeit geben Ja oder Oder wir sagen einfach am Anfang der Folge Oder wir teilen das so auf zum Beispiel Ich kriege das Aufgaben im Gebiet Bäume Äh Nur Nahrung Dann kriegst du zum Beispiel noch Stein Und ich kriege dafür noch was weiß ich Äh Äh Rüstung Oder Waffen Oder Werkzeug Ja Dann muss ich zum Beispiel mich ums Werkzeug kümmern Du kümmerst dich dafür um Nahrung Ja zum Beispiel sage ich dann ja Du musst jetzt hier eine ganze Kiste voll mit Stein Werkzeug machen auf Vorrat Ja dann aber musst du mir halt den Stein dafür geben Du zum Beispiel Stein hast Von mir aus können wir das gerne so machen Haben wir ein bisschen Tierspanner Ja oh du musst das dann auch machen Weil dann baue ich noch einen zweiten Generator Weil wir haben ja noch Lava Ja das wird sowieso was Gib mir dein Stein Gib mir dein Stein Ich baue schnell einen Noch rein Ich bin nicht alles abgebildet Ja gib mir Hälfte Ja 25 also bitte Mal es wieder 30 voll und dann baue ich weiter Ähm Naja Ähm Ja Können wir auf jeden Fall so machen Aber Ich weiß ja nicht wie bei dir aussieht Mir macht das Projekt Spaß bis jetzt Ich hoffe für euch gefällt es auch Gibst du mir noch mehr Stein Noch mehr Stein? Ja Nein Dann kann ich schneller arbeiten Dann kann ich schnell in zweit bauen Dann können wir gleichzeitig fahren Ich weiß bis jetzt ist das Projekt wahrscheinlich nicht so interessant Außer unser Glauber vielleicht Wo es sehr viel random shit ist Aber Wow Ey hast du echt zu Werbung für deinen eigenen Kanal Hä? Hä? Hast du gerade für deinen eigenen Channel gemacht? Hä? Wieso? Random Shit Das ist eine Kanalbeschreibung Du bist so ein Dummer Ich möchte ihn gerade würgen Hä ich merke mir sowas Was? Ich schreib das jetzt in meine Videobeschreibung Äh Als Jörg Schrafter macht eigene Werbung What's Up What's Up Genau Ich mach Wir mach ein Format Können wir so Das können wir wirklich Äh Können wir wirklich mal Nehmen wir dann What's Up Dann mach ich mir einfach What's Up Äh What's Up Verarschen Hä? Was willst du da verarschen, Alter? Alles Youtube Los mit Trister Trashpack Ich verkleb mich einfach als Mr. Trashpack Ich seh es einfach mal an Ja So wie hast du das gesehen hier Ähm Von Hand of Blood hier Ähm Cosplay äh Duell Zwischen Maxim Ja Ich mach's dir hier Das können wir nicht auch mal machen So ein bisschen äh Oh ne, Alter Ich verkleid Äh Verkleidest dich Das hat niemand gesehen Das hat... Doch Ich halte ihn Nein, hat niemand gesehen Hier, ich... Ich... Nein Anstatt zu helfen Wie denn? Junge Junge Beschützt es... Äh... Was? Das ist komplett abgebrannt Das ist super gemacht Ja, ich muss als erstes eine Wasserquelle wieder stellen Ja Ich hab ne 1 in Mathe Ja, ich hab ne 1 in Mathe Jeder der der Mathe scheiße findet scheiße... äh, gib mir jetzt bitte 3 Weil alle finden mal gescheiße... Alle, denen ihr Fach... äh, Mathe... das Lieblingsfach ist, die geben mir 3 Likes Jaaaa... Jaaaa... Aber ich mach einen, warum? Ich! Der aboniert mich äh... Ich! Also nicht... Hey... Jaaa... Jetzt hast du mir schon abgelöhn! Ihr habt das gesehen Ich will jetzt, ich will jetzt Ich kann hier abdauern Ah! Idiot! Warum nimmst du da das Wasser raus? Du Spast, Alter, du hast es doch gesehen Idiot Das schneide ich raus, Alter Hörte und alle leiden Ähm Ja, ich hole dann Ja, äh Ich setze mich da gleich mal an Ich gucke dann gleich mal, dass ich Mir auch einen Weg rausbaue für mein Gebäude Ich finde es cool An Skyparty.com Das da Fixed toppen Ja So, ich hole jetzt einfach mal ein bisschen Holz Damit ich gleich mal Also, du hast gerade Na, okay, es war nicht so passend Bisschen, bisschen passend auf meine Beats ge- äh, ge- 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 biebt Äh, ge- biebt? Ge- Alter Das ist falsch, Alter Ich hab dich gerade so beleidigt, ne? Ihr Junge Das hat mich mal Das ist nicht ehrlich zu mir Bibi gesagt Ja, ich hab mein Bestes Das gibt Konsequenz Ja, und so hat man nie wieder unsere Augen gesehen Danach hat sich Pascal nie wieder nachher gemeldet Jetzt fänden wir aber auch die Folge, oder? Gib mir mal Stöcke, bitte Ja, die liegen alle in der... Äh Ja, die sind alle Ich hab alle Äh, die sind alle Nein, ich hab doch alle Äh, wicker, wicker, wicker Ach, du hast mir mal eine Eisenspitzhacke? Bleibes Das ist ja kletterend Hey! Ich crafte gerade eine Zwei Minuten Oh, es tut mir auch eine Weiß ja nicht, ob du mir eine gemacht hast Nimmst du sie dann bitte in der Kiste? In der Kiste? In die Kiste? Oder schmeiß ich gleich mal einfach Da, hab's Ich hab schon die Sticks, was? Mann, ich bin PvP Du kannst dich immer ärgern Aber wenn du nicht hinguckst, boxe ich dich dann Das kann man, glaubst du, gar machen Echt? Geil Soll ich mal schauen? Wir, wir, wir Wir können ja eigentlich Bitte mal Kleine PvP-Arena bauen Weiß ich mal Hm Also Ja Wir klauen einfach das ganze Aura-Konzept Wir laden jetzt einfach noch 20 andere Leute ein Hm Wir haben nicht mal 5 Ob Premates in zwei Jahren Einen LOL aufgestellt Junge Ich hab drei Leute Ihh Drei Leute, die scheiße sind Ja und? Roman, alter Felix Oh, guck jetzt Guck, Leute, der beleidigt einfach alle Ja, die gehen mir alle im Arsch vorbei Keiner von euch hat damals tschüss gesagt Noch nicht Du, aber nicht die anderen Vor allem, warum hab ich dir damals tschüss gesagt Wir sehen uns heute noch War nicht so oft, aber immer noch Geh, was sagst du einfach zum tschüss? Gell? Gell? Was soll das? Gell? 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 Freundschaft beenden Freundschaft beenden Und Pascal sind eigentlich gar keine Freunde Wir machen Ja Mit unserer drei Abonnenten Was wir wahrscheinlich gemeinsam zusammen haben Nein, vier Zusammen Ich hab drei Ja Ich hab einen Ja, manche Leute haben ein Jahr YouTube gemacht Und haben in dieser Zeit 500 Abos geschafft Generell auf Abonnenten, da sind sie immer Die können nicht abonnieren, weil denen ein Video gefällt Bei denen ein Video gefällt Aber dann gucken sie vielleicht nicht weiter Oder bei denen eine Serie gefällt Wie zum Beispiel Skyblock Ding, ähm, aber bei großen YouTubern Wenn die schon über Millionen haben Kommt pro Tag allein schon tausend dazu Ja, aber Da denke ich auch, dass die Hälfte davon inaktiv ist Ja Hälfte klingt jetzt ein bisschen fies Außer Außer bei Bibi Ja, das sind alle geistig Bei Bibi, da guckt jeder Abonnent die Videos Ist einfach so Ja, aber Alle geistig behindert Meiner Ansicht Der hat eine Million Der hat über zwei Millionen Abonnenten Einen Tag später Das Video hat schon über eine Million Klicks Einen Monat später Fast drei, Alter Und frag mich nicht, woher ich das weiß Und frag mich nicht, woher ich das weiß Und frag mich nicht, woher ich das weiß Äh, ja genau Äh, frag ich nicht Äh Ich denke, das hast du einfach so aus dem Internet entnommen Ja, ja Ja, ja Ist das Ist das ein Bibi-Nator? Hä, Bibi-Nator ist cool Mein Bibi-Nator nicht Bibi-Nator Whatever Warum machst du kein CSGO mehr? Ähm Nur Russe Wie die Gut Ich weiß nicht Vielleicht werde ich da Werde ich dazu Wenn ich irgendwo finde Werde ich das mal auf Twitter posten Das Bild Nochmal Äh, ich habe heute ein Bild bekommen Das ist eine, äh, Review Für CS, äh, Go Die werde ich einfach mal auf Twitter posten nachher Da kannst du dir die mal auch mal anschauen Und die ist so geil Ich hab die ja vor und vor gelesen, ne? Mhm Die passt aber voll, ne? Und ja, ich hab auch mal CSGO gespielt, aber Was ist denn das über dein Kopf? Ist das Obsidian oder ist das Bedrock? Das ja, Obsidian Okay, dann können wir das ja abbauen Der schwarze Block ist immer Obsidian Ja, aber mein Texture Pack sieht Obsidian und Bedrock gleich aus Echt? Das ist voll dumm AHHHHH Du brandst schon wieder? Äh, tue ich nicht bei mir Okay Ja, warum hast du dann so geschrien? Warum hast du dann gerade so geschrien? Ja Verloren? Verbrannt Ich hab ihn abgebaut und er ist dabei verbrannt Ja, wir müssen uns so Dropper holen Naja, hat denn noch alles Ich kann mal nicht craften, oder? Darf man doch Dropper darf man craften M-m, kann man nicht Echt? M-m, kann man nicht, aber Äh Egal Hast du Sinter Slaps in der Kiste? Dann gib mir mal, hast du welche kurz? Oder man craft mir mal kurz welche Ah, okay Ja, okay Was sagst du mal kurz? Carry it in der Ferne Das reicht So Ja, wie du siehst, ich baue schon ein bisschen meinen Ähm Weiß er nicht Weiß er nicht, wie wir jetzt die Parts machen wollen? Ich und Pascal, jetzt überlegen wir uns wahrscheinlich nachher noch Ja, wahrscheinlich Ja, ob wir die jetzt bei 20 Minuten gelassen oder nur, weiß ich, 10 machen Ja, ich wäre bei 20, aber 30 ist zu lang Ja, 30 ist fast echt zu lang Sie laden bei mir 30, äh, 250 Minuten Okay, das geht nicht Ähm, ja Ja Pascal, komm mal her Gleich Ja, er hat noch Zeit, also Muss jetzt nicht sofort Ähm Ich wär jetzt eh noch nicht bekommen Hey, Jesus, der hasst der Junge mich Wenn ihr nicht hinguckt, schlägt der mich Last Christmas, I gave you my heart Ja Warum erzählst du die Geschichte eigentlich nicht? Okay, die Geschichte kann ich wirklich erzählen, also Gestern, in meinem Englischunterricht Da sind wir so dran Fabian natürlich voll verträumt Passt mal wieder nicht im Unterricht auf Nehmt euch kein Beispiel an mir Wird wahrscheinlich gar keinen Schulabschluss schaffen, wenn es so weitergeht Ähm Und Unsere Lehrerin hat mich sowas gefragt Ich wusste nicht, um was es geht Ich wusste, es ist kein Meter Und hat die, äh, angefangen mit Sollten Satz vorlesen Hat die mir gesagt, wo der ist Hat sie angefangen, äh Er hat mit Last angefangen Aus Reaktion Habe ich einfach gesagt Äh Hat die gesagt, Lars Und dann einfach so Christmas, I gave you my heart Ich guck mich so voll böse an Alle lachen Und ich guck mich einfach so voll böse an GG, Alter So voll enttäuscht Hat sie ins Tagebuch geschrieben Hehehe 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 Ja, hehehe Ihr habt da reingeschrieben Ich hätte nicht aufgepasst Wie würdet ihr das beweisen? Okay Wie würdet ihr das beweisen? Ach, stimmt ja Hab jetzt selber mal aufgepasst Hab ja wirklich nicht aufgepasst Äh, ja, nee Ähm Ähm Ich magle auch nicht Ich meine, die hauen ihn Jaaaa Frau Heinzelmann, Alter Ey Einen Namen Ist Christian Ey, die gibt's eh nicht mehr Hat sie denn? Oh, Mann Ich hab jetzt mal schon lange So old war die jetzt ja auch nicht Ja doch Alter Die Schachtel da Äh, kannst du mal schnell kommen? Ja? Freue din? Ne, ich komm jetzt nicht Ich hab was besseres ihrsen Ja, ne, dann sollte man nicht alle Leute zuschauen. Ganz ehrlich, was denkst du dir eigentlich immer? Ja, rechte Hand in der Hose, Dauerspaß. Dauerspaß. So, ich geh in den Wichs. Online. Hast du Slips für mich? Slips? Bitch Slips, ey, Slips. Ich kann deine Bitch Slap, Mann. Slipsy, Slipsy ab. Die verpissen dich, Mann. Ey, Mann, ey. Du hast deinen eigenen Cobblestone-Generator, das ist jetzt meiner, schreibe ich nachher mein Schild hin. Mal vertreten, steht da Deutsche Cobblestone-Generator. Ähm. Ich beobachte dich. Im Geheim. Ey, wenn du jetzt trinkst, dann report dich bei LOL. Was lieb ich das? Ähm. Los, such mich. Los, los, schau dich um, wo bin ich? Nein! Nein! Ich war erst, wenn wir überlegen, entweder steht der über mir oder der steht auf seiner erhöhten Position. Erstmal kann er ausgucken. Da oben ist irgendwas. Höher gucken. Ach, als ob du meine Füße gesehen hast. Ey, natürlich. Ja, ich hatte gerade auch ein Tier, der ist verbrannt. Warte, bei Craig Pro hätte ich sie gesehen. Das ist so ekelhaft. Ey, auf was spielst du denn? Nicht fett? Ja. Äh, 95. Wow, ich spiel auf Craig Pro. 95, einfach perfekt. Ich spiel auch generell bei Shootern oder so. Einfach immer neu. Minimum. Bäh! Lauf! 95! Bäh! Leute. So spiel ich jetzt. So spiel ich jetzt wirklich. Warum hast du voll im Mini gemacht? Ich hab's genau ganz am Anfang gemacht. Äh, ich hätt gern mein Gebäude eigentlich vorgelegt. Leute, ich komm gleich. Ich muss kurz mein... Hm. Also, hm. Okay. Äh, ich muss kurz dein... Was? Dein, hm. Also, bis gleich. Scheiß. Äh, ja. Aua, mein Arm juchzt. Pascal, ist einfach nichts los. Bei mir alle zu. Was ich mach. Das war die Grundplattform von meinem Gebäude. Wurste wahrscheinlich... ...keine Arme wie groß. Genug damit ich... Ich weiß ja gar nicht, wie... Da bei mir noch keiner vorgeworfen ist. In dem Zeitpunkt. Ähm. Morgen. Und übermorgen wahrscheinlich. Äh. Es ist jetzt... Heute ist Donnerstag. Ja, ich würd wahrscheinlich morgen beide hochladen. Oder übermorgen. Ähm. Wobei ja, ich sagen muss. Äh, dass ja ich und Pascal sehr viel Gewinnemann. Und... Äh, ich auch ja 1, 2 League of Legends... Äh, 1... Ich glaub 2 League of Legends Spiele alleine. Ähm. Ja. Ich weiß nicht. Fändet ihr's besser, wenn wir beide, äh... In unserer Videobeschreibung... Oder unserer... Videobeschreibung, Kanalbeschreibung. Äh, ein Upload-Brown schreiben. Das wir uns schreiben, dass wir... Zum Beispiel an Tim und den Tag kommt die zwei Videos. Oder das und das Video. Äh, wenn ja, würd ich das nämlich machen. Äh, Fabi. Hm? Du hast nicht grad runtergeschuckt. Nein, hab ich nicht. Na doch. Nein, hab ich nicht. Also ohne Witz. Kannst du meine Aufnahme gucken. Hä? Meine Aufgab... Äh, lol. Irgendjemand hat mich in meine Aufnahme runtergeschuckt. Echt? Ja, egal. Ja. Ähm, was soll ich dir jetzt erzählen? Hm. Ich hab jetzt grad angesponnen. Während du weg warst, aber wenn du es auch schnell warst. Äh, ob wir vielleicht, äh, in unsere Kanalbeschreibung reinschreiben sollen, äh, wie wir hochladen wollen. Ja. Wollte ich jetzt mal... Hab ich jetzt mal so erwähnt? Kanalbeschreibung? Ich hatte es in meinen Malen hier. Ja doch. Ja doch. Kanalbeschreibung wäre ja dumm, weil... Äh, äh, Videobeschreibung wäre ja dumm, weil sonst wüsst ihr immer auf ein Video gehen. Oder kann man live... Ich kann mir Klicks abstauden. Ja, doch. Ja, Videobeschreibung. Äh, wie groß ist es jetzt? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich hab dich vorhin noch nie zählen gehört. Was? Wir waren zusammen mal auf der Schule. Ich hab dich noch nie zählen gehört. Na ja, das wird jetzt wahrscheinlich 10x10 vorher so. Du baust jetzt schon dein Haus, Alter. Bau mal den Schandfleck hier weg. Welchen Schandfleck? Du baust so den... Ja, da hinten, da, wo unsere alte Farm war, hier. Sag das doch mir. Das ist ja schon wieder hier in seiner Hausplanung. Ja, guck mal, ich hab jetzt hier die Grundplattform. Ich will nämlich ein riesiges Haus. So 200x200 Blöcke. Äh, dann geht halt durch 12 und dann nur mal 5. Und das sind dann wie viel? Keine Ahnung, ich kann kein Mathe. Was für eine Antwort hast du jetzt erwartet? Kann sein, dass wir jetzt paar Erdoblöcke verlieren. Okay, die Aufnahme geht schon über 20 Minuten. Über 20, wie lange geht's schon? Hört mal schnell. 24, 40. Lass dich. Lass bis 25 Minuten, okay? Jo. Aber dann sagst du bitte direkt Stopp. Jo. Also 3, 2, 1. Okay. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Stopp.